beziehungsweise kommt heute auch wieder mit Freundin der Stützung von Grover, wenn ihr neue Dinge probieren möchtet, technische Artikel, dann könnt ihr das dort einfach mieten die haben die Webseite überarbeitet, schaut mal auf getgrover.com und schaut euch an, was es hier gibt ihr sucht euch etwas aus könntet monatlich dort Dinge mieten Drohnen, iPhones Wearables Kameras, ihr könnt die so lange nutzen, die Sachen, wie ihr die behalten möchtet oder braucht, keine Kaution, keine Mindestlaufzeit, keine versteckten Kosten ihr könnt die Dinge dann zurückschicken, wenn ihr sie nicht mehr möchtet, versandkostenfrei zurück ihr sie säubern das, sie setzen das Gerät zurück und wenn ihr es aber dann doch lieber behalten wolltet dann könnt ihr es auch für immer behalten, denen abkaufen und 30% der bisherigen Mietzahlungen werden auf den normalen Kaufpreis angerechnet ihr seid für 50% das Wert der der Artikel versichert, falls die kaputt gehen sollten aber nicht für irgendwelche winzigen Gebrauchsspuren, Kratzer, das ist schon alles drin schaut einfach mal an, was es für Kategorien gibt Computer, Handys, Tablets, Wearables Kameras, Gaming und VR Home Entertainment, Audio Musik, Drohnen E-Mobility ist glaube ich neu, da gibt es Hoverboards, da gibt es GPS-Navigation und vielleicht so ein Hoverboard mal ausprobieren Oh, da gibt es sowas mit so einem Einrad so ein Einrad so ein halber Segway gibt es für 45 Euro im Monat kann man mal ausprobieren steht dabei, der Zustand hier ist so gut wie neu das war also schon mal bei jemandem ist zurückgekommen und sie vermieten es dann noch mal weiter Smart Home, wenn ihr möchtet könnt ihr euch anschauen, Kaffeemaschinen smarte Staubsauger heißt das Gerät Der Wischer, den der Brava, kann ich empfehlen Wischer, eine Smart-Wage all diese Dinge könnt ihr dort einfach monatsweise mieten mit unserem Promocode BITS, B-I-T-S, gibt es 20% Rabatt auf den ersten Monat eines solchen Abos geht auf getgrover.com Promocode ist BITS für die 20% Rabatt auf den ersten Monat um eine neue Welt von Möglichkeiten zu erschließen, herzlichen Dank für die Unterstützung an Grover und dann